Servus zusammen. Ja, wo sitzt der Frenkie jetzt? Der Frenkie sitzt auf dem Roots of Kürnitz und vielleicht fährt ihr es, es schifft die ganze Zeit, dann kommt wieder Sonne. Die ist so heiß, dass man denkt, das ist ein Marokko. Ansonsten lege ich jetzt einfach mal hin. Aber da sind die Mopeds und da ist das Zelt und dann haben wir noch das Auto und dann haben wir das hier so abgespannt hier. Wir haben es dann einfach am Zelt dann noch ein bisschen abgespannt, so dass wir auch mal draußen sitzen können, weil es halt einfach die ganze Zeit schifft. Vor allem, wenn das dann regnet die ganze Nacht, dann wird der Berg, den wir hier klimmen müssen, das ist der da ganz hinten, ja, der wird dann lustig. Ja gut, Jungs und Mädels, haut rein, bis dann, ciao. Ich habe mir gerade gedacht, der neue Lenker ist einfach geil, der fährt sich super. Ja, fast perfekt. Wow. Das war's für heute. Oh! 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 fifteen a a a a a a a a Untertitelung des ZDF, 2020 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 1,2,3,4 Hase, Mensch, da ist er, wir sind mal hinterher. Wohooo! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Sollte Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Das war's für heute. 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 Das war's für heute.